so weiter geht's mit farquay 6 wir sind dann mit der hype bombe bebeute machen so you know i'm a badass radio dj okay that's a lie but you inspired me danny with your guerrilla ness i dream of my sexy voice maximus matanza's music and libertad's message all over the airwaves i call it radio libertad i dream yes i can't wait to tell you and follow so wo müssen wir denn hin hier runter nach kustel salvator kann man nicht irgendwie du kannst nicht verstehen sondern die fachsen jetzt muss ich jetzt erst auf der runde dachen nein muss ich nicht ich kann aber quasi zum zu dem kontrollpunkt reisen jetzt muss ich gerne mal gucken ob ich da wohl ein auto finden guck mal feind oder du kannst meine kollegen nicht so abflug so das müssen wir gerne mal gucken wo wir da hin müssen und zwar darunter ich brauche mal die mucke den bei haus hat er wird einfach mal um quatschen ob meckert hier die youtube die formel 1 war mit dem ding hier die sackhalter aber ich muss sagen der baggie macht es zum spaß ich fahr mal gerade hier ein bisschen auf fort du kannst ruhig rüber gehen hey bicho i'm at segunda about fucking time you're slower than my sheets after eating too many platanos i swear to god bicho what you waiting for spray the posters plant the bombs so deponieren wir haben einen platz bei der kirche beschmiere marias propaganda plakate wir nehmen mal mit was hier so liegt ich hätte gern mal so interesse halber ein überblick was ich eigentlich hier so erwartet das ist ein bisschen was feindlich ist läuft herum ja jetzt kriegen wir auch schon ein bisschen hinten so würde ich schon ein bisschen Da ist noch eine. Oh, ist auch was zum Lesen. Nummer 3 Ich glaube, der steht ein bisschen drauf auf uns. Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Die Brüder, die Krise! Stop! Schöpfe! 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 So, was soll ich jetzt machen hier? irgendwelche mülleimer das zeug deponieren jetzt müssen wir mal kurz gucken wo wir finden im zweifel dort so zwischen wo der dritte hinkommt so erzählen uns doch zwei plakate war da ist zumindest noch eins hello so dass wir da machen welche geschossen irgendwo die wollte ich eigentlich noch die 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 Das war wohl schießt um mich. Ich hätte lieber zurück zu meinem Graffiti. Quitter tot. Komm vom Baumblatt. Fette, fette Pumbo-Metschen. So, ich brauche immer noch tatsächlich ein Plakat. Hi, ein Raketenwerfer. Ich brauche dringend noch ein Plakat. Medizin mitnehmen, weil ich wusste, haben wir noch irgendwo ein Plakat, uns fehlt noch eins. Alles mitnehmen, was irgendwie nicht nur nagelfest ist, das E. Da hinten. Ich brauche das. Bicho, ich bin fertig. Nein, 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 nein. Du bist nicht fertig. Du bist bereit für den nächsten Schritt? Ich bereit. Okay, so Maria's on her way. There's a banner she's gonna unveil on live TV. And you are gonna swap it out for our banner instead. Oh, I am. Am I? It's high up, but you can get there, right? You think Clara's gonna like it? Yeah, go team! I'm into it. Go team. I'm into it. She goes pareil. I got it. I got it. Oh, Let's go. She goes the hammer. I was gonna reinvent it. No seul. Crazy jemand is this too, he's getting it. I'm branching right away. Let's go. Let's go. Wow. To your attention and listen. Shut up, Dude. Ich hab ne Idee, ich brauch noch mal gar nichts zum Atmen. Warte mal. Scheißbrenner. Ne, ich hab keine. Warte mal, ich will so'n scheiß Kran da hoch, ne? Natürlich haben die jetzt fette Action. Ich weiß nicht, ich will mich jetzt grad ein bisschen nerven. Ich weiß, hier lege ich mir nämlich grad ein bisschen auf den Senkel. Den würde ich gerne noch wegrasieren. So, jetzt muss ich mal grade gucken, bis ich da hochkomme. Jetzt kann ich gar nicht helfen, sorry, Guapo. Okay, okay, cool. Okay, okay, cool. Halt es, Halt es! Halt es, Halt es! Fuck you, mit deinem scheiß Teli. Ist das jetzt down, oder was? Sag mal, du gehst mir auf den Senkel. Meine Fresse, ey. Oh, schuldigung, ich pass mal hoch. Der hab ich gar nicht mitbekommen. Der hat das gar nicht mitgeschnitten. Aber ich hab zum Gürtel angeht, weil ich weiß hier wie weg. Okay, Banner austauschen, Banner austauschen, und Banner austauschen. Das war ich beabsichtigt. So, er wartet an der Tankstelle. So. 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 Wir werden nicht verenden. Vielen Dank. secreter Funktion. Dann kommt noch! mein freund hat sie jetzt wieder oder wie auch immer freundin krasse mission definitiv krasse mission wir haben es auf jeden fall geschafft das ist das wichtigste ich will vorhin die scheiße die mal los irgendwann endlich einsammeln wieder eine neue kram premium aber da habe ich jetzt kein nervt zu mache ich nicht weil hat jetzt nichts besonders zu bedeuten so picho so Now for a special announcement. Hello, my beautiful foreign friends. Any questions before we begin? Minister Marquesa, are you concerned that- How do you respond to rumors that Diego Castillo is your son? I don't. Diego Castillo is the first son of Yara, and an example to all through Yara. Now, it is my pleasure to unveil the construction of the Anton Castillo true Yara cultural center. Schön. Ja, but still there is probably, right? Everyone in Yara saw that shit! Oh my god, Danny! We have so much to do! I blow in my own fucking mind! It's I believe I saw it. It's already been in the middle of the city. It's been a long time and a lot of work. It's been a long time and a long time. It's been a long time and a long time. Now, let's go to the film. We have a long time and a long time to arrive. Mit Sicherheit haben wir noch. Die Vorherrschaft kann man leider nicht machen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich gucke jetzt gerade mal was wir hier haben. So, trifft El Tigre im Lager der Gen von 67. Da treffen wir den Monteros. Ich denke mal, wir machen erstmal das Ding hier mit der Legenden. Jetzt muss ich ja gerade gucken, wo wir da hin müssen. Darunter haben wir noch irgendwo, warte mal, ich gucke mal, ob wir heute hier haben. Das ist ja wahrscheinlich das nächste, ne? Ich gucke gerade mal. Das ist alles irgendwo da oben. Ne, dann müssen wir das mal nach... Dann machen wir da runter, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, so das nächste. Da brauchen wir ein Auto zu holen. Gut, damit sagen wir mal das als nächstes. Wir sehen uns wieder bei Let's Play und dann nochmal eine Mission von Clara oder eine weitere Mission von Clara. Bis dann. Tschüss.